Und meine Meinung ist, dass es richtig, die Frau als Objekt, um seine Macht auszuspielen, dass das hier in dieser Gesellschaft gefördert wird. Weil es hier eine Gesellschaft ist, wo der Profit im Mittelpunkt steht, wo man die Frau sozusagen vermarkten kann. Und gegen diese Dinge können wir uns nur selber wehren. Es kommt auf uns drauf an, wir müssen uns organisieren, wir müssen aktiv werden, wir müssen uns gegenseitig austauschen. Und dafür haben wir jetzt gerade vor kurzem einen frauenpolitischen Ratschlag gehabt, wo sich deutschlandweit die Frauen zusammengeschlossen haben, die Basisfrauen. Und dafür haben wir jetzt gerade vor kurzem einen frauenpolitischen Ratschlag gehabt.